Und wieder. Und wieder. Und wieder. Und wieder. Und immer mehr. Hab ich noch irgendwas? Nein. Mich hier schon wieder runtergraben. Dann hol mal schnell Vault-Edit drauf und mahnen den Baum schnell wieder. Nein. Kein Vault-Edit. Ja, wenn du den jetzt zerstörst. Nein. Kein Vault-Edit. So könnt man den schnell mit Wasser leeren. Kein Vault-Edit. Hast du hier Kies noch? Hau die mal da hin. Ich hab da... Oh, da in das Loch. Nee, hier drüben. Bei mir. Da? Ja. Wie viel hast du noch? 33 hat das schon noch, oder? 30. Jetzt hab ich ne 30. Hau rein. Jetzt hab ich ja schon mal wieder nach unten. Ich grab mich neben dir nach unten. Geht mal Wasser rein. Okay. So als Zweck. Boah, ist das hier dunkel. Soll ich Faggeln hinmachen? Faggeln? Faggeln. Ja, kannst. Ups. So. So, können wir hier mal immer wieder rausgehen. Hat der Leiter auch, das ist gut. Extra Leiter reingebaut. Die Bau spät wieder ab. So, wo grab uns jetzt runter? Hast du, wie viel Kies hast du jetzt wieder? 26. Okay, hau die mal hier, damit sie zu. Äh. Drüben das Loch rein. Okay. Hier wieder runter, kannst du es wieder nebendran runtergraben. Bis wie tief geht es eigentlich runter? Ich glaub so tief wie, äh, man schau halt immer schauen, wie das Holz nebendran ist. Okay. Äh, wie macht's denn alles nur eben? Ja, ja, das ist klar. Was machen wir wohl? Das machen wir erst, wenn wir alles hier weg haben. Ja. Oder wenn wir keinen Kies mehr haben, weil alles zu Feuerstein wurde. So. Hä? Das wird doch nicht zu Feuerstein oder? Da darfst du halt noch beides raus, oder? Nein. Kommt da nur Feuerstein raus? Ja. Wusste gar nicht. Nimm mal den Block da unten, wo der ist. Da sind viele Blöcke. Das Problem. Schwing da runter. Was machst du? So, verdammt, weiterkommen wir noch nicht. Warte. Jetzt bist du. So, äh. So, ich mach mir das jetzt am besten. Wie viel Kies hast du noch? Nicht mehr viel. Aber vielleicht hab ich ne Sand oder so. Ne, hab ich auch nicht. Ich grabe lieber Stefan, so. Ah. Du hast keine Leitern, ne? Nein. Ah, ja, Leitern sind eh viel umständlicher. Ne, aber ich wollte wieder irgendwie rauskommen. So. Echt? Nein, geh, warte, ich grabe nicht zu dir rüber. Ne, grabe dich einfach durch den Boden. Grabe dich weiter unter und grabe den unten Gang rüber. Wo rüber? Du grabst jetzt einfach noch mal ein bisschen weiter runter und dann laufst du rüber. Nein, da kommt Wasser, oder? Es kommt Wasser, Tobi. Halt dies auf. Und da ist es weg. Ich bin tot, ich bin tot. Hier steht das gewacht. Ich muss hier rauskommen, ich muss das einfach. Flieh durch. Nein. Ich bin level 22. Ich sterbe gleich. Warum? Kommst du nicht rechts? Kommst du nicht stecken hoch? Ah, ich verliere schon Leben. Ne, ich schaff's. Ich schaff's. Aber ich hab... Alter, ich hab nur noch vier Hertz. Dann ist was. Lass mal ne Fackel runter mit dem Wasser, dass ich hier unten was sehen kann. Tobi? Ja, hab ich schon gemacht. Okay, kommt jetzt eingeschwommen, hoffe ich mal. Ah ja, ich hab's dir, Dankeschön. Nein. Was machst du? Was hast du das weggebaut? Die kann ich nicht wissen. Mach mal das Wasser weg, weil die sind verrücklich hier unten. Das hast du unten irgendwo aufgenommen. Echt unten? Oder? Ja, 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 hast recht. Oh, 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 oh. Ich glaube, jetzt ist zu unten. Eines geht wieder los. Ich muss hier schnell genug raus. Nein, diesmal sterbe ich. Nein, du könntest ja nach da drüben gehen. Echt? Auf einer Seite. Nein, da kann ich nicht. Ah. Puh. Alter, hier geht's ja noch weiter runter. Oh. Was hast du da gemacht? Das hast du gemacht, ist die beste Frage. Irgendwie müssen wir jetzt erst mal Sand formen, hab ich so das Gefühl. Ich glaube, ich soll das Maul halten. Hab ich so das Gefühl. Okay, ich hab hier wieder, ich hab hier wieder zugemacht. Das kann man abbauen hier. Kann schon rüberkommen, das Wasser schwägt, glaube ich. Oh. Oh, Tobi, Alter. Ich kann es überweiten nach unten. Go. Zurück. An die Oberfläche. Puh, bisher haben wir es noch überlebt. Das ist ja echt ein wahres Wunder. Ah. Ich mach hier gerade irgendwie einen Waypoint. Keine Ahnung wie. Mit M. Nee, ich hab gerade auf irgendwas anderes liegt. Das war nicht M. Nur M hat Spielzeug direkt von meinen Taschen. Das ist so direkt Waypoint, also so ein Short Key oder so. Oh. Du bist so schlau, Kopf, Alter. So, dann mach ich mir auch noch ein Loch, wo ich füllen kann. Wie viel Sand hast du wieder? Das. Was? Wie viel Sand hast du wieder? Was? Ja, hab ich vorzunehmen. Was? Wie viel Sand du wieder hast? 13 und 12 Keys. Okay. So. Wie machen wir das an Schlauch denn? Das kann ich hier wieder abholen. Hier noch. Hier noch. Dann können wir da zwei abbauen. Wird schon nicht da am besten wieder hinkommen. Au. Apfel erst mal reinbägen hier. Ich hab nur noch 16 Eier. Der Urwald, die da weg liegen. Hast du jetzt die Äpfel gegessen? Klar, 16 mit dem. Wir wollten doch doch goldene Äpfel draus machen. Ich hab noch 16 Stück. Du Kack. Wahrscheinlich was sein sollst du, gell? Was? Hm? Angst, dass hier einer spawnt und dann alles kaputt macht. Creeper? Ja. So, die Milch ist mal... Ja, komm, lass uns mal in die Richtung weitermachen erst mal hier. In dem Eck, okay. Ja, ich hab eh nicht mehr so viel. Zum Beispiel das hier wieder abbauen, das Holz. So, wie viel herrschst du noch? Nicht viel. Aber jetzt können wir wieder zwei abbauen, zwei Linien. Andere so machen. Ich helfe dich gerade mal noch. Das bringt nichts zu zweit. Doch, smash den Button drauf. So, dann können wir auch noch abbauen. Warte, ich mach hier mal noch. Bin dabei. Hab keinen mehr. Boah. Okay, ja, das war fail, egal. Das kannst du da abbauen, das da? Ja. Schau das hier ab. So. So, ist gut. Oh, nicht mit dem Schwert. Mit der Schaufel. Ich mach nochmal mit der Schaufel. Ja, ich aber nicht. Du Kopf. Hast keine Ahnung von Minecraft, wie spiel ich mit dir? Warum hast du eigentlich hier keine scheiß Leiter hinmachen können? Das regt mich jedes Mal auf, weil du dann nicht gescheit rauskommst. So, jetzt können wir wieder zwei Sachen abbauen. Meine Maus tut mir so komisch ins Eck ziehen hier. So. Ich fahr gleich mal wieder herunter. Boah, das wird, das wird ewig lang dauern, dass wir das haben. Nein, das ist deine Schuld. Du wolltest das bauen. Ein zumbiierten Enderman. Na, weil es auch eine coole Idee ist. Herr, Tobias. Meine Idee war es ja, dass wir das im Wasser bauen. Scheiße, das war echt meine Idee. Verdammt. Dass wir es im Wasser bauen, aber nicht das, dass wir so ein riesen Baum bauen. Ja, das ist auch nicht meine, aber das wir es im Wasser machen. Ja, die Idee ist auch zu nicht cool, gefällt mir echt. Komischerweise. Auch was für dich ist. So, naja, jetzt geht es eigentlich ganz, ganz gut voran. Ach, wir haben, wir haben das nicht, weil es 10% verbaut oder so. Verdammt. Was? Ich bin hier. Ist das aufgegangen? Wo? Ich habe schon wieder Zugänge. Gut. So, dann mal hier mal weiter. So. Bla, 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 bla. Bis zum Ende, bis wir das haben, ist der ganze ganze Kies zu Feuerstein geworden. Wett mal. Kann so sein. Ich habe noch sieben Stück, du. Drei. Ich habe sieben Feuerstein, John. Ich habe auch sieben, weil mir hängt da irgendwie so ein Fleischsschnitz in der Zähne, das ist echt eklig. Ich meine das Gefühl nicht. Hast du eigentlich das schon unter Wasser getrennt, das Vor-Ding da, oder will man das auch? Schau mal, ich habe hier das nur ein Ding hoch, äh, ein Tiefs, nur eins Tief. Da habe ich dann Holz gemacht, was da nicht gesehen hast. Und ich will da drunter auch trocken haben, ja. So, bauen wir schon wieder ab, ein bisschen. Aber nicht da gerade der Block, wo ich draufstehe. Sorry. Wollen wir da nebenan auch noch? Wie viele hast du noch? Das war der letzte. Ich habe auch noch zwei. Den können wir noch reinschmeißen. Hier können wir noch zwei reinschmeißen. Geh weg. Oh. So, jetzt können wir da ziemlich viel abbauen. Den kannst du auch abbauen, den. So, bauen wir gleich alle vier nach unten, dann geht es auch. Ja, Tobi. Hättest du doch gleich die anderen mitnehmen können. Ich kann dich doch von unten abbauen. Jetzt hast du oben eins freigemacht, du Spacko. Du Spacko. Renn. Schön, wir zwei. Ich bin schneller als du. Und schöner. Aber das hat andere Sachen. Lass es mal noch. Lass es mal noch. Ich muss hier noch hochkommen. Der tötet dich ja jetzt. Du folgst gerade, gell? Ich würde mal, ich würde... Wieso geh ich nicht ein bisschen anzeigen? Die zur Luft. Du bist so doof. Hier kann man hoch hier. So. Machen wir hier weiter, oder? Machen wir erstmal die eine Hälfte, also da, wo nicht abgetrennt ist. Ich bin gerade runtergefallen. Voll witzig. Das war nicht witzig, aber... Ist doch trotzdem cool. Eine gute Erfahrung. Du wirst dich haben, wie... Irgend so ein kranker Kindervergewaltiger, Mann. Alter, woher weißt du, was ich immer am Wochenende mach? Gerne Ahnung. Vielleicht beobachte ich dich, weil ich der kranke Stalker. Ich hab kein Kies mehr. Irgendwann sag ich, ich wär krank, ja? Zu mir. Du bist noch krank. Du schnupfst. Ganz schlimm, schnupfst. Ach, stimmt. Stimmt. Woher war ich? Ich dachte, ich doch erst nicht zugehört. Hast du noch Sand? Nein. So, ich glaube, ich sandfarbe gehen ein bisschen. Aber da gehen wir so schön schaufeln, dann ist es schnell kaputt. Natürlich immer lieber den sandfarbe, den ich abbaue, hier. Kann man den hier nehmen auch noch? Nee, keiner mehr. Du lasst ja auch die Hälfte liegen hier unten. Liegt da voll viel Sand und so. Ich lasse den nicht mehr da unten liegen, ja. Mami! Ja, ich bin leidig. Ja, Mann, 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 den kannst du doch abbauen, den hier. Ja, guck. Moment, nein. Vielleicht voll nicht du, Moment, nein. So. Hilf mir, Tobi. Warte, ich mach den next, den da. Nein, mach den da. So, ich hab den leer. Ich geh da nach unten. Farbe. So, hab ich gleich wieder eine reine Hand gemacht. Hast du eigentlich noch genug Schaufeln? Ich hab noch... Meine erste ist gleich kaputt, eine zweite habe ich noch dabei. Meine erste ist lang kaputt. Wie viel hast du mitgekommen? Zweite ist halb kaputt. Ich hab noch... ...drei ganze und eine halb kaputte. Den kann schabauen, den kann schabauen. Los, geh nach unten. Slavi. Ich mach den jetzt so lange, dass ich nicht stehe. Pam, 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 pam. So. Los, Tobi, ich brauch dich hier oben. Aber das kann ich ja abfahren, hier, ne? So. So, ich geh auch schon wieder nach unten. Wie kacke es sonst grad aussieht. Hahaha.